Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem kleinen Videoblog heute in die Sächsisch-Böhmische Schweiz. Also ich als Videoblogger und der Roland als Fotojournalist und Fotoreportagen-Bereiter. Ja, krieg dich wieder ein. Zusammen mit Lubiker Weltsicht sind wir heute in die Sächsisch-Böhmische Schweiz gefahren. Zuerst nach Petrovice haben uns eine Turbolev angeguckt, was sehr gut war. Es gab gutes Bier und wir haben dann eine kleine Performance hingelegt und zwar den Gangway-Gang à la Lubiker Weltsicht. Die Fotos gibt es jetzt hier gleich im Anschluss. Dann sind wir weitergefahren zu den Tisauer Wänden, nach Tisau. Die Sonne war am Untergehen und hat die Felsen goldgelb angestrahlt. Also ein Traum. Was sagst du dazu? Ein Träumchen sozusagen. Ein Träumchen sozusagen. Ja. Ich meine's! Bis zum nächsten Mal. 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 Ich atme die Kraft der Felsen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.